Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zum Blitzverzieht nach unserem Heimsieg gegen den 1. FSO Mainz 05. Meine Stimme ist nach dem gestrigen Abend im Stalter noch so ein bisschen angekratzt, sollte aber nicht weiter stören, denn es hat sich gelohnt. Die Stimmung war grandios in der Arena, es war ein richtiger Hexenkessel und dazu passt dem auch endlich mal das Spielgeschehen. Denn wir sind zwar immer noch 18. nach 14 Spieltagen, haben immer noch wenig Punkte auf dem Konto, aber wir haben drei Punkte geholt. Und das dank Simons Terrodes Treffer zum 1 zu 0 nach bereits 10 Minuten und ich fand, das war auch somit der Schlüsselpunkt in der Partie. Ich hatte auch vor dem Anpfiff schon ein ganz gutes Gefühl für dieses Match, auch in der Stimmung vom Stadion her war es echt auch vor Anpfiff schon richtig, richtig gut. Man hatte das Gefühl auch echt gehabt, hier ist was drin, wenn du eben die Leistung aus Bremen bestätigen kannst. Und das war ja auch von Anfang an der Fall. In Summe kann man auf jeden Fall natürlich auch festhalten, dass Mainz offensiv relativ harmlos war. Auch in den Highlights vom Spiel hat man nachher nur einen Torschuss gesehen, wo Schwolo hin musste. Das war jetzt aber auch keine Riesenchance. Deswegen da hatten wir natürlich ein bisschen das Spielglück, dass eben Mainz nicht so gut drauf war wie vielleicht noch vor ein paar Wochen. Aber wir selber haben es eben auch wirklich gut gemacht, meiner Meinung nach. Erst recht im Spiel nach vorne waren teilweise echt gute Kombinationen mit dabei. Es war auch ein bisschen mehr Tempo drin, dass man eben auch relativ zügig nach vorne gekommen ist. Und deswegen war ihm auch das Tor von Simon Terrodde nach 10 Minuten unglaublich wichtig, dass du auch einfach mal mit 1 zu 0 in Führung gehst. Das klingt jetzt so simpel und irgendwie plausibel, aber genau das hatten wir eben die letzten Wochen nicht. Wir sind gefühlt immer ein Rückstand hinterhergelaufen. Und natürlich macht es dann deutlich einfacher, wenn du auch mal 1 zu 0 führst. Danach war es natürlich eigentlich die ganze Zeit ein enges Spiel. Mainz hatte ein bisschen mehr den Ball. Wir kamen eher über hohes Pressing und Umschaltmomente. Wir hatten da auch unsere Chancen. Man muss auch eigentlich das 2 zu 0 in diesem Spiel machen. Allein durch Marius Bülter, aber auch der Kopfball von Kenan Karaman, um nur mal zwei Chancen zu nennen. Oder eben auch direkt nach dem 1 zu 0 von Terrodde seine Chance zum 2 zu 0. Also da hätte man schon auch mehr rausholen müssen. Und das ist natürlich auch ein Thema, was besprochen werden muss. Aber ganz, ganz wichtig war, dass es erneut eine gute Leistung war. Dass man erneut gesehen hat, wenn man ans Limit geht, dann kann man in der Bundesliga durchaus mithalten mit dem nötigen Spielglück. Und genau das passte einfach gestern hervorragend zusammen. Und somit haben wir uns verdient die drei Punkte geholt. Jetzt kommen die Bayern. Wir sind 18. Wir haben aber in Anführungszeichen nur zwei Punkte Rückstand auf Platz 16 und 17. Was eben auch ein Ausdruck davon ist, dass der Abstiegskampf generell relativ schwach geführt wird. Aber natürlich ist jetzt auch klar, gegen die Bayern brauchst du mindestens genau die gleiche Leistung wie gestern. Das gleiche Engagement, um erstmal nicht abgeschossen zu werden. Auch Thomas Reis sagte ja schon, das ist ein Bonusspiel. Und das ist es auch. Und da müssen wir auch alle offen und ehrlich sein. Bayern spielt in einer ganz anderen Welt. Und sollten die 1 zu 0 in Führung gehen, dann kann es auch böse werden. Da musst du richtig aufpassen am Samstag, weil das wird ein ganz anderes Spiel. Trotzdem darf man sich freuen. Trotzdem war es auch vollkommen richtig so, die Mannschaft gestern nach Abpfiff ein bisschen zu feiern. Weil es einfach eine runde Leistung war. Sowohl spielerisch, vor allen Dingen aber auch kämpferisch. Die Stimmung im Stadion passete dazu. Und das sind drei ganz wichtige Punkte, um erst recht den Glauben an sich selber nicht zu verlieren. Eure Meinung zum Spiel? Mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.